Weißt du euch, wie lange ich hier denn da drin war? Herzlich Willkommen zu unserem ersten kleinen Vlog. Wir drehen heute diese eine Beat hier im Takatuka Land in Fulda. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Aber ehrlich gesagt, wir sind ja eher hier, um Spaß zu haben und nicht um Videos zu drehen. Ich habe einiges mitgenommen, bisschen Snacks, Musik dabei, damit wir ordentlich aufnehmen können. Kuchen darf nicht fehlen, ein bisschen Bodybeleuchtung. Ich würde überhaupt nicht kommen in die Hölle. So, wir haben jetzt alles fertig aufgebaut. Es steht alles ready fürs Musikvideo. Die Leute kommen gleich noch und dann wird gefeiert. Los geht's! Konrad und Be hitting auf! Das hätte ich sonst sehr informiert. Das ist ja sehr früh. Mit diesem Platz! Wir sind auch schon super aus und zukünftig. Die Leute kommen schon mal hin, man muss sich auch bei mir aufmachen. Er hat schon mal wieder wieder eine Aufstellung. Wir haben jetzt direkt zwei Wahl und zum Beispiel einen Geräusch. Das ist schon mal wieder. Und wir sehen uns auf, was da ist. Es geht immer weiter. Auch wenn wir heute Abend sind und wir haben. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Und wir werden diemindeden. Es geht immer weiter. Es geht nur woher. Wir können mal mit dem Bobby-Kleiter runterfahren. Mach mal. Der Regler geht auf Max und die Leute rasten aus. Wir machen den Zorn und die Leute rasten aus und wir kullern alle da raus. Also das heißt, wir stellen uns hinten an und wenn das Ding runter geht, gehen alle raus. Ja, genau. Alles klar. Hüpfburg springen. Alle auf die Hüpfburg. Das ist Jackass 2.0. Das sind alles kleine Kiddies, ich sag wie es ist. Aber das finde ich halt auch. Von daher, nicht so schlimm. Die Hüpfburg schau mal auf! Das ist ja so schlimm ist wohl oder nicht so schlimm. Das ist es ja so schlimm. Das ist die Hüpfburg. Das ist ja so schlimm. Die G�� ist ja auch so schlimm. Ich habe mich leider nicht so schlimm. Ich werde die Hüpfburg übernommen. Das heißt, ich sage immer noch mal vom Hüpfburg. Meine Mama hat gesagt, ich darf doch so was, aber ich mach's, weil ich will. Dann hast du eigentlich die neuen Folgen von Paw Patrol geguckt? Nee, noch nicht. Ich glaub, die gucken wir dann. Dann müssen wir bei mir gucken, dann schläfst du aber auch bei mir. Ja, ich frag mal die Mami. Okay, los geht's. Der Regler geht auf Marx und die Leute rasten raus. So wie du schaltest, du wundertst, dass ich unten eine Kuppel im Arsch war. Und wie findest du deine Geburtstagsgäste? Ich freu mich, dass alle gekommen sind und meiner Geburtstagseinladung gefolgt sind. Und die kriegen dann noch eine Geschenktüte am Ende von meiner Mama. Die hat die gebastelt, ganz alleine. Und die hat mir gesagt, dass die mich lieb hat. Und ich hab meine Freunde auch lieb. Das ist doch extra hier abgestimmt. Nee. Regeln raus. Ich weiß es nicht. Der Regler geht auf Marx und die Leute rasten raus. I can't believe you're a wrecking ball. Hey. Ja, ich bin auch ein Dichter. Der Regler geht auf Marx und die Leute rasten raus. Die Liebe. Ja, ich bin auch ein Dichter.